Ein Elite-Team von AIME ist in der Nähe und in Alarmbereitschaft. Aktualisiere ihr HUD. Die Party beginnt! So was gemacht! Bleib so! Jedes Mitglied des Elite-Teams muss besiegt werden. Erledigt sie! Auf Wiedersehen. Oh! Ziffer-Eis hier drin! Ausgezeichnet. Wieder ein Agent am Boden. Gönne Sorge, ich hab dich. Besten Dank. Das ist leichtes Training. Das Team ist keine Bedrohung mehr. Wir müssen die Kontrolle über Ihre Systeme erlangen. Bringen Sie mich zu der Position auf Ihrem Harte. Das Team ist eine Pläne. AIM-EINHALTEN 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 Geschafft! Gut gemacht. . . . . . . . . Gah! Kontrollieren Sie Ihr Netzwerk lange genug, damit ich das Sicherheitssystem von AIM infiltrieren kann. Begeben Sie sich zum Terminal, damit ich Sie in das Labor bringen kann. Nicht einer, ohne Eignal! Das AIM-Netzwerk hat ein mehrstufiges Authentifizierungssystem. Ich muss auf mehrere Terminals zugreifen. Je mehr, desto besser. AIM wird versuchen, ein Abriegelungsprotokoll einzuleiten, wenn Sie Zugriff auf die Terminals haben. Verhindern Sie das. Ich bin in AIMs Sicherheitssystem. Ich beginne jetzt mit dem Hack. Das hilft. Danke. Beginne jetzt mit dem Hack. Jetzt gilt es! Jetzt gilt es! Zurück! AIM hat sein Abriegelungsprotokoll ausgelöst. AIM hat er sich... AIM hat er sich. AIM ist es! AIM hat er sich. AIM hat er sich. Ich könnte etwas Hilfe brauchen! Ich hab meinen Unistrahl vermisst! Besuch dich! Ich bin in Aims Sicherheitsnetzwerk eingedrungen. Ich habe unser nächstes Ziel auf ihrem Hand markiert. Da! Direkt voraus! Gegner! Sie haben es geschafft! Zhuh! Huuuuh! Oh! Super! Untertitelung des ZDF, 2020 AIM hat einen ARC-Reaktor in der Nähe. Zerstören Sie ihn! Feindkontakt! Zerstören Sie ihn! Der Reaktor wird von vier Energieknotenpunkten betrieben. Ihre Zerstörung ist auch den Reaktor zerstören. Ich kann es dir nicht gleich machen! Der Reaktor wird von vier Energieknotenpumpt zerstören. Der Reaktor wird von vier Energieknotenpumpt. Noch ein Knotenpumpt offline. Der Reaktor wird von vier Energieknotenpumpt. Der Reaktor wird von vier Energieknotenpumpt. Ausgezeichnet. Wieder eine gute Arbeit. Der ARC-Reaktor fährt herunter. Ausgezeichnet. Wieder ein Energieknotenpunkt ausgeschaltet. Danke, Avengers. Wir überwachen weiterhin alle AIM-Anlagen. Das letzte, was wir brauchen, ist, dass AIM einen weiteren hochgradig instabilen ARC-Reaktor in die Finger bekommt.